Es ist ein Torwart, der Torwart kann sich nicht auflösen, aber hey, hier kann er vor allem nichts ausrichten. Es ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart. Es ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart. Es ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart. Es ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart. Es ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart. Es ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart. Es ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart. Es ist ein Torwart, der Messi ist ein Torwart. Es 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 ist ein Torwart. Das ist unmöglich für Levakovic. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ARGENTINA! Messi, Messi, Messi! Fútbol, fútbol, fútbol! En el desierto, en el desierto aparece el fútbol. Es el Mesías que nos enseña el camino y la apertura del marcador. Y el sueño a la final. La ilusión argentina de fútbol. Más cerca de la ilusión. Más cerca de la final. Más cerca del mundial. Argentina gana de penal Messi. Le pegó fuerte, seco, ninguna duda. Argentina uno. Croacia cero. Treinta y cuatro minutos. Messi de penal. Penal para Argentina. Y uno mira. Y le va a pegar Messi, Iraleo. Va Messi. Iraleo contra Levakovic. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Va Julián. ha Giu fútbol. Sato. DETA tiene intercambio. Ja. México tiene saída. Cuatro. Arzenальная mensaje. Meawan. 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 Destape. Es queja. Meawan. Seja. Meawan. Me湯. Er ist ja, der hat sich die Hügel gewählt. Der Erstehne ist der Arzettin! Der Erstehne ist der Messe! Die Weltkup 2-3 hat 11. Der Erstehne ist der Erstehne. Der Erstehne ist der Weltkup 2-3. Der Erstehne ist der Erstehne. Der Erstehne ist der Erstehne. Dass und seitgang der Momenten equiv chips Worldsона ist der woah Schwenden. Und đến właśnie die Weltkupu von der partiau aber II-3. Der Erstehne ist der Erstehne. Der Erstehne ist der Erstehne. Der Erstehne ist der Erstehne. Es ist ein sehr schweres Episode, sehen Sie, wie reagiert Emeliano. Er sieht praktisch immer wieder, wenn er die Penalte macht. Und Messier, Messier und Lievakowitsch, sehr cool. Hier nichts sagen, ich glaube, dass es nicht gibt. Ja, es ist ein neues Kipersen. Die Argentina kommt auf die Welt in diesem Spiel. 1-0. 34-Akt. Lleones Messier viede Alvisa Leste auf die Zeit. Lleones Messier, der auszucht im celebration zu Niederland, hat sie verabschiedet, dass er auch in Australien. Lleones Messier, der auszucht ist bereits 5-i im Champions-Levast. Das ist ein schönes Mundial für ihn. Die Argentinischen sagen immer, dass er auf diesem Mundial ist, dass er sich auf diesem Mundial ist. Die Arbeit für ihn auch fehlt. Hier ist ein Penalt, welcher von diesen Veränderungen der Veränderung, und Leónel Messi in der Verteidigung, wo er überhaupt nicht konnte, dass er seinen Mundial ist. die messi face alivakovich messi alors le plafond imparable impossible aller chercher ce ballon là du capitaine argentin qui signent son 96e but avec la sélection et qui me l'argent qui dans l'excellente position dans cette demi-finale que bon la périmau qui en l'excellente de argentina Das wird ein sehr wichtiges Moment. Messi, Liwakowicz, Messi! 1-0 für Argentine. Ależ pewnie, ależ mocno. Raz dali sich die Schorwaci. Wir schweigen Guardiola, wir schweigen. Lovrena, ich glaube, sie sich nicht verabschieden. Sie nicht auf diese Zeit haben. Argentinische Menschen mit so großem Freude. Die Argentinische in der Karte aufhörte. Die Argentinische in der Karte aufhörte. Sie nicht aufhörte, nicht aufhörte, sie schnell zu der Karte. Die Karte sind nicht mehr, die Karte sind. Das bringt Argentinische Glück. Es geht nach der Geschichte, Messi, das nächste Karte. Die Karte ist in der Karte. Die Karte ist in der Karte.